. . Die Hofgeschichten. Putenbäuerin Christine ist auf der Suche nach Bruteiern für ihre Kundschaft. Das ist hier richtig ein gelungenes Nest. Auf dem Mühlenhof kann sich Benedikt mit allen Sinnen für den Wiesenschwingel begeistern. Das rückt wie Tee. Auf Hofberg macht Falk weiterhin die Trockenheit zu schaffen. Das war der Orkan, der bei uns ankam. Nicht mal zwei Liter auf einen Quadratmeter. Und auf Hof Bercht sind sie auf Kuhfang. Eigentlich kennen sie es ja. Aber mal gucken, tagesformabhängig. Wenn auf dem Geflügelhof im niedersächsischen Köhlau die Ställe neu eingerichtet werden, ist meistens Azubi David am Werk. Vielleicht muss ich ja auch mal ein Foto davon machen, wie das hier aussieht. Wenn du nicht mehr da bist, dass deine Nachfolger-Generation dann eine Ahnung hat, wie das hier auszusehen hat. Tim ist ja auch noch da, der ist ja auch Profi. Und Betriebshelfer Tim muss nun erst einmal alleine die Stelle für jeden neuen Kükenschlupf auf Vordermann bringen. Denn Christines Azubi David hat heute seinen letzten Tag. Ich freue mich schon. Also nicht unbedingt, weil ich einfach mich freue, weil ich endlich hier weg bin. Sondern ich freue mich einfach, weil das geht ja weiter. Und der nächste Betrieb, das wird auch ganz geil, glaube ich. Da habe ich richtig Bock drauf. Sein zweites Lehrjahr absolviert David auf einem Schweinemastbetrieb mit Ackerbau. Es ist auch wichtig in der Landwirtschaft, dass man in der Ausbildung dann weitergeht. Das ist so ein vielfältiger Beruf. Und man muss echt viel sehen, weil sonst hat man am Ende irgendwie von viel zu wenig Sachen Ahnung. Das ist wichtig. Aber wer hat die denn gewaschen? Ich habe die gewaschen. Die gehen aber nicht richtig sauber. Oder ich wollte das heute nicht kaputt machen. Aber der ist ein bisschen schlimm. Den wasche ich, glaube ich, noch einmal nach. Ja. Noch kann Christine Davids Abschlusszeugnis umschreiben. Alles gut. Hier wird nachgebessert und Christine muss erst einmal Bestandsaufnahme machen. Gleich kommt ein Interessent, der gerne eine Putenamme mit 15 Küken für seinen Hof hätte. Jetzt müssen wir erst mal zählen. Wenn sie mich da überhaupt dran lässt, ne? Genug sind es wohl nicht. Denn es kommt auch noch ein zweiter Kunde, der gerne Putenküken hätte. Christine wird improvisieren müssen. So, Leute. Ja, du bist eine ganz, ganz, ganz gute Mama. Muss ich aber einmal festhalten. Drei. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizeit, fünf, zehn, neun, 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 neun. Christine guckt sich sehr genau an, wer Geflügel von ihr haben möchte. Sie verkauft nicht an jeden. Ich habe schon mal Hühner wohin gebracht, die habe ich wieder mit nach Hause genommen. Da war kein Futter, da war kein Wasser, da war nichts vorbereitet, es war alles verdreckt. Und dann war auch die Aussage, ja, die Tiere werden eben alle von irgendeinem Raubwild geholt worden, deshalb bräuchten sie neue. Das muss ja nicht sein. Also dafür ziehe ich die Tiere nicht groß, dass sie dann auf jeden Fall gekillt werden von irgendwas. Und davor auch noch hungrig und durstig sind oder so, ne. Auf dem Mühlenhof in Zeppelin wird Wiesenschwingel gedroschen. Benedikt Lai liefert den Samen dieser Grasart an einen Saatguthersteller. Gemäht ist das Gras schon, liegt seit drei Tagen zum Trocknen im Schwad. Jetzt muss es vom Feld. Für uns immer wichtig zu schauen, ob er wirklich schon trocken genug ist, ob auch das unten drin trocken genug ist, dass man dreschen kann. Und wie es am Ende so mit den Verlusten ausschaut, weil natürlich ein gewisser Teil der Körner auch ausfällt. Und das ist natürlich ein Tracksverlust. Wir wollen das ja im Mähdrescher drin haben. Und wenn man das hier ausreibt, dann kann man so ein bisschen abschätzen, wie das Erntegut nachher ausschaut. Und das schaut also hervorragend nachgereift, schöne große Körner. Das merkt man schon vom Anfüllen, dass es sehr trocken ist. Also das sind ideale Truschbedingungen heute. Benedikt Lai hat einen eigenen Mähdrescher im Einsatz und einen angemieteten. Der kostet richtig und soll deshalb unentwegt rollen. Aus diesem Grund tankt er auch während der Fahrt seine Ladung ab. Damit der Hänger rechtzeitig zur Stelle ist, fährt der Drescher sein Abfüllrohr aus. Das macht am Ende 15 Prozent mehr Leistung beim Mähdrescher aus, dass der nicht stehen bleibt und dann erst leer macht, sondern das muss unterm Bahn passieren. Abfahrer Michael Tanner muss jetzt darauf achten, dass er immer parallel zum Mähdrescher bleibt. Ich muss schauen, dass der Auslauf etwa in der Mitte ist, dass ich die Mitte vom Hänger treffe. Und das ist aber bei diesen Schwaben noch etwas schwierig, weil sie nicht schön gerade verlaufen. Und dann, wenn er abgebuckert hat, dann muss ich stehen bleiben, damit er das Abtankrohr dann wieder reinfahren kann. An diesen trockenen Tagen müssen sie jede Stunde nutzen. Nächste Woche droht Regen, da werden sie nicht dreschen können. Bevor der Samen in die Lagerhalle fährt, will Benedikt von Michael genau wissen, wie gut die Qualität ist. Servus. Und wie schaut die Ware aus? Ja, so schaut das aus. Das ist Top-Ware, weil das einfach durch die Regenschauer, die es noch abkriegt hat, ist das so ein bisschen Mühe bewahren. Und du könntest einmal, wenn das riecht, wie Tee. Freut mich schon. Genau. Benedikt Lai hat neue Hänger gekauft, mit Abdeckplane. Beim Transport darf kein Dreck in die Ladung fallen und den Biosamen verunreinigen. Es soll aber auch nichts verloren gehen. Der Samen ist so leicht. Wenn ich da etwas schneller fahre, dann wird das mir alles vom Hänger. Das ist eine Art auch Transportsicherung. Was auch vom ... Polizeilich eigentlich so ... Die Ladung muss gesichert sein. Auch das Wegwehen. Und wenn das jemand stört und einen Unfall baut wegen dem, dann kann das Ärger geben. Michael fährt jetzt in die Lagerhalle. Benedikt will noch zur Heuballenpresse. Schauen, ob auch dort alles in Ordnung ist. In Schleswig-Holstein hat Hofberg immer noch mit der Trockenheit zu kämpfen. In Deutschland gab es zwar Sturm und Unwetter, hier in Danau ist aber kaum etwas davon angekommen. Auf den viel zu trockenen Weiden finden die Kühe nicht genug zu fressen. Sie bekommen Futter, das eigentlich für den Winter gedacht war. Jeder Tag ohne Regen setzt Falk mehr unter Druck. So, wollen wir mal gucken, was hier ankam. Jeden Morgen der besorgte Blick auf den Niederschlags-Messer. Ja. Aber das hier war jetzt der ganze Orkan, der bei uns ankam. Also, das gab schon bisschen Wind, auch bisschen Regen. Aber das sind jetzt nicht mal zwei Liter auf dem Quadratmeter. Das ist nichts. Also, die zehn Liter davor, die waren mehr. Davon brauchen wir noch mindestens fünfmal so viel, damit ich wieder richtig entspannt schlafen kann und weiß, die Kühe können halt Tag und Nacht wieder auf der Weide satt werden. Im Moment fressen sie vor allem Silage. Er musste sogar einen Teil seines Dinkels häckseln, um daraus Kuhfutter zu machen. Finanziell tut das richtig weh. Falk hat alles mit dem Handy gefilmt. Ja, das ist wieder der schöne Dinkel aus der Nahaufnahme. Und wenn man auf dem Boden sieht, dann sieht man hier auch, was da für Risse drin sind. Also, ich kann da schon 20 Zentimeter tief reingucken. Das zeigt einfach das Malheur. Ja, wir haben hier, wie du siehst, und da kommt jetzt gerade der Häcksler, der nimmt da ein bisschen Dinkel weg und häckselt das als Kuhfutter. Der wird jetzt der erste Wagen voll. Der Ertrag war ganz gut, sodass ich weiß, okay, wenn der Mais einigermaßen wird, dann kriegen wir die Kühe auf jeden Fall durch den Winter, ohne dass wir abstocken müssen. Abstocken würde bedeuten, dass wir irgendwie zehn Kühe verkaufen und dann mit 50 oder 60 Kühen durch den Winter gehen, weil wir einfach nicht genug Futter haben. Also, wenn wir Dinkel häckseln, ist das eine absolute Notmaßnahme. Den bauen wir an für einen Bäcker fürs Freiberghaus in Lübeck. Und der wird natürlich nur ins Silo reingefahren, wenn entweder der Dinkelmarkt ganz kaputt ist oder die Kühe drohen, Hunger zu haben. Also, dass wir die Kühe nicht satt kriegen. Wenigstens war der Ertrag gut, 130 Tonnen Dinkel, reicht im Winter für 40 bis 50 Tage. Klingt nicht allzu lang, ist aber ein wichtiger Baustein. Aber ohne Regen geht's trotzdem nicht. Ich bin schon noch positiv gestimmt. Also, die Wetterprognose lässt ein bisschen hoffen. Gleich will Falke raus aufs Feld, um Grünfutter zu mähen. Denn das, was er notgedrungen an Wintersilage schon verfüttert hat, muss er so schnell wie möglich wieder aufstocken. Zurück in Köhlau. Christine erwartet jeden Moment ihre Kunden. Wenn sie wie heute ihre Tiere nicht selbst ins neue Zuhause fährt, bekommt sie später oft Fotos geschickt. Bei manchen sind die Tiere ja auch auf dem Sofa und gucken mit Fernsehen. Und dann freunden sich irgendwie die Haustiere untereinander an und so was. Das sind schon auch coole, coole Sachen. Dann sitzt da so eine große schwarze Dorge mit so hängenden Läpfchen. Und guck so vor ihrer Nase, so die kleine Küchen. Und da gibt's ganz viele Leute, die haben so ein gutes Herz für die Tiere, dass die da auch ein richtiges Zusammenleben entwickeln. Hoffentlich auch der nächste Käufer. Er ist schon einmal pünktlich und löst sogar ein Versprechen ein, das er Christine am Telefon gegeben hat. Sie haben wirklich den Arbeitskild an. Das ist super. Wollen wir mal die guten Stücke angucken? Na denn. Eigentlich arbeitet Holger Jarmuth als Klempner, deshalb auch der Handwerker-Kild, führt aber nebenbei eine kleine Landwirtschaft. Das ist die Mutti, die macht da einen richtig guten Job. Und die Spänen sind auf Weichholz, ne? Ja. Ja, hab ich mir auch besorgt. Und was ist oben noch drin? Das ist für sie Legehennenfutter. Aha. Unten haben die Kükenfutter. Und die Henne, die kann eben dann auch ein bisschen oben fressen. Aber ich glaube, sie frisst auch sehr gerne das Kükenfutter. Klingt, als sei Holger gut vorbereitet. Jetzt hat Christine allerdings nur elf Küken für eine Naturgärtnerei aus Hannover. Ein Stammkunde, der jedes Jahr Geflügel holt und immer für etwas Neues zu haben ist. Was hast du Schönes für dich? Na, wir haben hier die Amme. Ja. Und davon kriegst du Küken mit. Und dann haben wir hinten im Wald die Bruteier. Und die, da war ich jetzt gerade, eigentlich dachte ich, ich hol jetzt so eine Eierpappe und dann holen wir mal Bruteier. Die der Gärtnerhof in seinem eigenen Brutschrank ausbrüten könnte. Einen Versuch ist es wert, denn mehr Nachwuchs hat Christine momentan nicht. Hier haben sie schon mal eins hingelegt und irgendwo, guck mal, da sind welche. Oh, hier auch. Das ist hier richtig ein gelungenes Mess. Das sind 20 Stück. Und mit etwas Glück sind sogar alle 20 Eier befruchtet. Die ersten Händen beschwärmen sich schon. Na, da werden sich meine Nachbarn freuen. Ja. Putenamme und 15 Küken werden ab sofort ein kleines Dorf in Mecklenburg aufmischen. So, die kleinen Scheißer. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Die restlichen elf Küken fahren nach Hannover zur Naturgärtnerei. Dort kennen sie sich mit Putenaufzucht aus. Bei Holger hilft die Amme. Macht's gut? Ja, du auch. Na, und wie sieht's aus bei euch da mit den Küken? Sind die gut angekommen? Sehr lebhaft. Mal gucken? In der Zwischenzeit haben David und Tim fast alles fertig eingeräumt und sogar schon die vier Wochen alten Hühnerküken eingestallt. Ja, super. Das ist richtig gut. David, der hilft ja dann vielleicht auch eh immer noch mal ein bisschen. Mit seinem Bruder bei irgendwelchen Aktionen und so. Ich bin ja nicht ganz weg. Man wird ja trotzdem ab und zu mal wieder herkommen. Nur weil man nicht jeden Morgen um acht oder so hier ist, heißt das ja nicht, dass man aus der Welt ist. Das bekommt man trotzdem noch hin. Und er wohnt zum Glück im Nebendorf. Letzte Amtshandlung, Wärmelampen aufhängen. Dann startet David erst einmal in seinen wohlverdienten Urlaub. Auf dem Biohof Bercht in Badenhausen am Harz machen heute zwei Frauen die Arbeit. Hofchef Johannes hat einen außerhäusigen Termin beim Steuerberater. Deshalb übernehmen seine Schwester Dietke und Auszubildende Pia einen dringenden Viehtransport. Das ist ein bisschen so gut. Und... Am Trecker ist schon mal der benötigte Viehanhänger. Da packen wir jetzt ein Rind raus, was bald kalb wird. Und wir brauchen noch Litze und einen Schroteimer, oder Pia? Willst du Litze holen und ich hol den Schroteimer? Für ein bisschen Gemütlichkeit im Kuhtransporter wird auch noch gesorgt. So, jetzt machen wir noch ein bisschen Stroh rein, weil jetzt gar nichts drin ist. dass das Tier einfach ein bisschen was drin hat. Ist zwar nur eine kurze Fahrt, aber ist immer besser, wenn was drin ist. Landwirtschaftsstudentin Dietke Bercht hat gerade Semesterferien und ist nur zur Aushilfe auf dem Hof. Im Team mit der Auszubildenden Pia arbeitet die 23-Jährige heute das erste Mal. Dann los. Mit dem Trecker soll es zur Kuhweide gehen. Gib mal Gas. Dann ist er ein Stück vorgerollt. Da hat es dann funktioniert. Rückwärts auch nicht. Warum will er denn jetzt? Kannst du damit nicht auch vorwärts, rückwärts? Auch nicht. Eigentlich schon hinten den Knopf dazu drücken. Ausgerechnet mit diesem Trecker sind die beiden noch nicht häufig gefahren. Gerade will der Vorwärtsgang nicht richtig reingehen. Manchmal sind die modernen Trecker auch ein bisschen anstrengender als die, wo man einfach den Hebel drücken muss, also nach vorne ziehen muss. Jetzt. Na gut, los geht's. Die nächste Herausforderung wartet auf der nahegelegenen Weide. Pia und Dietke müssen dort erst einmal die Kuh einfangen. Die ausgedroschenen Grashalme auf diesen 220 Hektar vom Mühlenhof in Zeppelin kauft ein anderer Landwirt. Der bündelt das Heu gleich nach dem Dreschen mit einer Quaderballenpresse. Allerdings ist sich Mühlenhof-Chef Benedikt Leyen nicht ganz sicher, ob das Stroh schon trocken genug dafür ist. Zur Sicherheit misst er mit dem Fahrer der Presse den Feuchtigkeitsgehalt. Der sollte höchstens 12 Prozent betragen. Low. Unter. Nicht messbar. Super. Eigentlich müssten wir uns nicht drum kümmern. Aber das Ganze lebt ja davon, dass man solche Geschäfte auch über Jahre macht. Und wenn ich schon draußen bin und das sehe, dann ist es einfach meine Pflicht darauf hinzuweisen, wenn es vielleicht nicht hundertprozentig ist. Und wenn er nachher Ballen hat, die dann schimmlig werden oder nicht so optimal sind, dann hat keiner was davon. Und da ist man immer darauf angewiesen, dass jeder mitschaut und dass man ein bisschen zusammenhilft einfach. Im Nachbarort hat der Mühlenhof eine Halle gemietet. Hier wird der geerntete Grassamen gelagert und weiter getrocknet, bevor er an den Saatguthersteller geliefert wird. Beim Entladen müssen die Fahrer auf die Deckenhöhe achten. Die neuen Anhänger sind größer als die alten. Und wie immer überzeugt sich Benedikt Lai persönlich davon, ob die Bio-Ware auch vorschriftsmäßig gelagert wird. Wir haben hier diese Temperatur-Messstäbe. Es ist biologische Aktivität drin. Denn jeder kennt das vom Rasenschnitt so. Wenn man den auf den Haufen schmeißt, das fängt sofort an warm zu werden. Könnte 60, 70 Grad warm werden. Und bei uns ist es so, sobald es Richtung 35, 40 Grad geht, baut sich das Eiweiß ab im Korn und dann sinkt die Keimfähigkeit. Das alles Entscheidende ist, dass möglichst viele Körner keimen. Wir haben so Drainageschläuche hier ausgelegt und drücken Luft durch den frischen Grassamen. Um den runterzukühlen. Und das überwachen wir hier. Und den machen wir jetzt raus, dass Michi hier aufschütten kann. Damit die Luft aus den Schläuchen den Samen gleichmäßig beatmen kann, wird der in mehreren Reihen pyramidenähnlich aufgehäufelt. Ein spitzer Kegel und nicht zu breit unten, das ist eigentlich das Schönste. Und deshalb, man könnte es berechnen, aber das machen wir jetzt nach Gefühl. Und auf sein Gefühl kann sich der erfahrene Landwirt verlassen. Deshalb lässt Benedikt Ley seine Pyramiden nicht so massiv aufschütten und legt lieber eine Reihe mehr an. Zurück in Schleswig-Holstein auf Hofberg. Falk ist mit dem Nähwerk unterwegs zu einer Fläche für den zweiten Grünschnitt in diesem Jahr. Futter für den Winter. Keine ganz ungefährliche Arbeit. Einmal der Schutz runter, weil das Mähen ist schon relativ riskant. Hier unten sind diese Messerklingen, die rotieren mit einer sehr hohen Geschwindigkeit. Und wenn da sich eine löst, dann kann es schon auch mal tödlich enden. Ich habe ein Lehrjahr in Österreich verbracht und da ist tatsächlich mal eine Frau auf ihrer Terrasse beim Grillen gestorben, weil ich glaube 50 Meter entfernt ein Landwirt gemäht hat. Und da hat sich so ein Messer gelöst und hat halt direkt die Halsschlagader getroffen. Das ist natürlich schon ein unglaubliches Schicksal. Das kommt vor, das fliegt ja wie ein Geschoss. Und deswegen ist auch wichtig, hier ist ein Wanderweg, dass ich darauf achte, dass wenn ich hier in der Nähe des Weges arbeite, da niemand anhält und mir zuguckt. Ist auch nicht ganz ohne. Denkt man nicht, aber ja. Mit den Pflanzen auf dieser Fläche passt sich Falk an den Klimawandel an. Hier wachsen Rotklee und Luzerne. Jetzt sieht man ja diese blattreichen Gewächse. Das hier ist die Luzerne. Und das ist der Rotklee. Die können beide deutlich besser mit Trockenperioden um als das Gras. Das Gras wurzelt so bis in 50 Zentimeter Tiefe und der Rotklee kommt schon bis auf 2 Meter, 2 Meter 50 und die Luzerne sogar bis auf 3 Meter 50. Das heißt, die können natürlich viel tiefer im Idealfall bis ans Grundwasser ran mit den Wurzeln und auch in solchen Perioden gut wachsen. Damit einfach, wenn es dazu kommt, dass kein Regen fällt, wir trotzdem noch ein bisschen Futter ernten können. Das vordere Mähwerk gehört ihm, das hintere hat er sich vom Nachbarn geliehen. Ein XXL-Rasenmäher mit 7 Meter Breite. Falk fährt erstmal eine kurze Proberunde, um zu checken, ob die beiden Mähwerke auch richtig eingestellt sind. So, jetzt will ich einmal die Schnitthöhe der Mähwerke überprüfen. Wenn ich zu kurz mähe, dann braucht das Gras und der Klee und die Luzerne eine zu lange Zeit, bis es sich wieder regeneriert, weil wir fügen dem Gras hier eine Verletzung zu. Wir nehmen ja den größten Teil der Pflanze weg und das Wachszentrum vom Klee, das steckt einfach hier unten in dem Kern der Pflanze drin. Wenn ich da zu dicht rankomme, dann braucht das die Pflanze einfach zu lange, um sich zu generieren oder was heißt zu lange, einfach länger. Und ich möchte ja möglichst bald wieder einen frohwüchsigen Bestand haben, sodass ich schaue, dass ich sieben Zentimeter der Pflanze stehen lasse. Und das überprüfe ich einmal mit dem Zollstock. Und da bin ich bei den gewünschten sieben Zentimeter. Super, passt. Da können wir jetzt die restlichen vier Hektar runter mähen. Etwa eine Stunde braucht er für diese vier Hektar Fläche. Mähen gehört zu Falks Lieblingsjobs. Mähen ist eigentlich eine total schöne Arbeit. Man hat einfach den stehenden Bestand. Das ist eine Erntearbeit. Das heißt, man beschäftigt sich mit dem, was man nachher nach Hause holt als Winterfutter für die Kühe. Es liegt danach einfach schön schier. Schon eigentlich eine der schönsten Arbeiten auch. Mit bis zu 15 kmh ist er unterwegs. Dabei kommt man gut in Flow, sagt Falk. Das macht Spaß, heißt aber nicht, dass er nachlässig werden darf. Man arbeitet ja doch auch mit einem tödlichen Werkzeug. Das heißt, ich bin auch die ganze Zeit mit den Augen am Absuchen, ob noch irgendwo ein Fasan aufspringt oder ein Hase. Wenn ein Hase drin ist, muss ich meine Mähstrategie ändern, sodass ich das eher nach außen treibe, das Wild. Man muss bei der Sache sein mit solchen Werkzeugen. Dieses Futter ersetzt die Silage, die er seinen Wintervorräten schon entnommen hat. Aber wenn es in den nächsten Wochen nicht genug regnet, wird das Futter nicht reichen. Und Falk muss doch noch Kühe verkaufen. Im Harz ist das Treckergespann vom Biohof Bercht unterwegs zu seinem Zielort. Johannesschwester Dietke und Auszubildende Pia wollen jetzt die trächtige Kuh und nicht die ganze Herde von der Weide locken. Versuchen wir jetzt, so wenig es geht, aber das, was wir wollen, einzufangen. Ich stelle mich hier an das Gitter und gucke, ob das zugeht. Oder wir holen sie erst mal beide ein bisschen ran, oder? Das kriegen wir bestimmt ganz locker hin. So, gehen wir mal nach hinten und fangen sie ein. Komm, er, komm, er, komm. Bisschen Schrot. So, das Schwarze mit den zwei Hörnern wollen wir haben. Schauen wir mal. Mal ein bisschen anlocken. Na, los. Er kommt. Der erste Teil der Aktion klappt besser als erwartet. Ruhig. So will man's haben, wenn's jetzt noch bis zum Schluss so geht. Aber Glück. Also, eigentlich kennen sie es ja. Die sind ja auch hierher gekommen. So, dass sie eigentlich wissen, wie es ist, einzusteigen und wieder auszusteigen. Aber mal gucken. Tagesformabhängig. Bia, gehst du zum Tor? Kommt ihr? Komm. Na, da haben wir's schon. Das eine müssen wir jetzt eh erst noch mal aussortieren. Soll ich mal hintergehen? Die 20-jährige Pia ist bereits im zweiten Lehrjahr auf dem Biohof Bercht, weiß nicht nur deshalb gut mit Kühen umzugehen. Na, na, fein. Perfekt. Auf Pias elterlichem Hof haben sie auch Kühe. Ich bin halt auch mit denen groß geworden. Und, äh, ja, da ist halt einfach so ne gewisse Routine schon drinne, ne? Und dann ist das eigentlich ganz entspannt. Man muss schon von allem so ein bisschen können, ne? Also, der Ackerbau, der ist halt ein Teil davon. Und aber auch natürlich das mit den Tieren. Je nachdem, was man halt auch auf dem Betrieb so macht. Aber, ja, man ist eigentlich ein Allrounder quasi. Dietke und Pia arbeiten heute als Team das erste Mal zusammen. Ja, sieht gut aus. Ich glaube, ich würde so stehen bleiben. Und da machen wir das Tor hin. Eigentlich ist man mehr als zwei Leute beim Einfangen. Aber, ja, die anderen haben alle was zu tun. Also muss das auch mal zu zweit gehen. Wir haben heute vielleicht ein bisschen Glück, dass nichts schief geht. Dietke und Pia wissen genau, worauf es jetzt ankommt. Zunächst wird ein gesicherter Korridor zum Viehhänger geschaffen. Dann wird darin und davor eine Schrotspur ausgelegt. Das ist der Lockstoff, mit dem man Kühe fängt. Kommt schon. Vielleicht kommt es ja auch so allein. Oder gehst mal ein bisschen hinter. Na, komm. Warte, warte, warte. Nicht, dass es uns da ... Warte. Super reingelaufen, aber jetzt dauert es. Mal gucken. Aber immer mit der Ruhe. Stress bringt da gar nichts. Oder wir stellen den noch mal ein bisschen anders hin, dass ich den noch ein bisschen weiter in eine Wiese schiebe. Mal versuchen. Und sonst fährst du gleich anders, ja? Komm. Die Kuh will nicht so, wie es sich Dietke und Pia erhofft haben. Eigentlich gehen sie nämlich sehr gerne schrägen hoch. Aber heute leider nicht. Ja, also wir haben das jetzt so ausprobiert. Es hat nicht funktioniert. Also wir hätten jetzt Glück haben können. Und die sagt so, lecker Schrot, geht da gleich mal hoch. Ja, hat sie leider nicht gemacht. Jetzt probieren wir es anders. Wichtig ist dabei halt, dass wir ruhig bleiben, damit die nicht nervös wird. Und dann wird es halt auch, also wenn die nervös wird mit den Hörnern und so, das kann dann auch mal gefährlich werden. Das wollen wir ja nicht. Ja, weiter. Jetzt können uns die hier schon mal nicht mehr abbauen. Weiter, weiter, ja. So. Auf ein neues. Die kleine Veränderung des Parcours zeigt Wirkung. Die Kuh findet plötzlich ihren Weg in den Viehanhänger. Komm, los. Hopp. Ja, endlich. So. Das wäre super schön, wenn man es dann geschafft hat. So, fährst du vor, Pia, dann mache ich hier zu. Wenn es auf dem Biohof Bercht um Kühefang geht, sind Dietke und Pia ab jetzt ein eingespieltes Team. BR 2018 1 0 0 0 3 0 0 0 Vielen Dank.